Als sich Klimaaktivisten im Jänner diesen Jahres auf Höhe des Westbahnhofs auf den Gürtel kleben wollten, riss einem 40-jährigen Transportunternehmer der Geduldsfaden. Noch bevor die Mitglieder der letzten Generation sich ankleben konnten, rastete Herr B. aus, beschimpfte die Protestierenden und zerrte sie an ihren Kleidungsstücken von der Fahrbahn. Eine Aktivistin solle geschubst und getreten haben. Das Video der brutalen Szenen ging im Internet viral und wurde über 700.000 Mal abgerufen. Am Montag musste er sich für seinen Ausraster vor Gericht verantworten. Der Angeklagte rechtfertigte seine Handlungen damit, dass er sich auf dem Weg zu einem aussichtsreichen Termin befand und aufgrund der Blockade im Stress die Nerven verlor. Herr B. verstehe laut eigener Aussage zwar das mit dem Klima, wisse aber nicht, ob das Blockieren von Straßen wirklich der beste Weg des Protestes sei. Seiner Meinung nach würde das nur noch mehr Stau und somit Abgase verursachen. Der 40-jährige rang sich zwar eine Entschuldigung in Richtung des von ihm attackierten Klimaaktivisten ab, die Fronten blieben aber verhärtet. Der als Zeuge geladene Aktivist würdigte den Angeklagten keines Blickes. Der 40-jährige Familienvater räumte ein, er hätte den Aktivisten besser nicht von der Straße zehren sollen. Das sah auch Richter Christoph Kraushofer so, der dem Angeklagten in Erinnerung rief, dass Österreich kein Land der Selbstjustiz sei. Wegtragen darf nur die Polizei und sie sind nicht die Polizei, so Kraushofer zu dem Transportunternehmer. Herr B. wurde wegen Nötigung und Störung einer Versammlung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017